Willkommen zur meiner Lieblings-Superhelden-Ausstellung. Der wird gewinnen. Mein Dad. Wen hast du da? Papa? Oh je. Stell deinen Lieblings-Superhelden vor. Er ist kein Superheld. Komm, Pika. Mach dich bereit, Dad. Nino, wen hast du da? Mein Dad ist mein Superheld. Und was kann er? Zeig ihm, was du kannst. Gib mir eine Minute. Hier, ich habe einen Behälter geöffnet. Superheld? Nee. Abonnieren? Ja. Durchgefallen. Bye, bye. Der Nächste. Hey, Alia. Wo ist dein Superheld? Warte. Ja, los. Verpass sie meine. Hey, bist du fertig? Da ruft jemand an. Da ruft jemand an. Also, wo ist dein Held? Da drüben. Hey, Rektor. Ich bin Ladybug. Oh, hi. Ladybug, wo bist du? Okay, Käfer. Ich habe genug von dir. Ich habe genug von dir. Mein Kopf. Nein. Ich habe genug von dir. Pass auf. Wer pass sie meine? Mach mal eine Pause, Kumpel. Hier ist dein Geld. Ups, ich muss woanders hin. Ich kann das erklären. Ich kann das erklären. Du verlierst. Hi. Hast du etwas Schönes? Oh, eine Brieftasche. Die sollte reichen. Die Süßigkeiten kannst du behalten. Danke. Keine Bewegung. Gib die Brieftasche her. Ich muss los. Langsam. Ich will die Brieftasche. Vergiss es. Sorry. Ich habe es eilig. Nein. Er ist wieder abgehauen. Du kannst deine Brieftasche haben. Danke, Spider-Man. Ladybug hat mich im Stich gelassen. Mist. Ich bin zu spät. Sehr schön gemacht, Spider-Man. Ah ja. Du hast verloren. Findet ihr auch, dass Spider-Man besser ist als Ladybug? Dad, bist du okay? Mit wem spricht sie? Kommentiert eure Antworten unten. Bitte. Ich bin der Beste. Der Stärkste. Der Mutigste. Ladybug. Sorry. Ich habe dich nicht gesehen. Die sind für dich. Willst du keine Blumen? Hier ist dein Hai. Nein. Oh, ich weiß. Dein Lieblingskuchen. Was ist denn los? Sag schon. Hier. Sieh doch selbst. Oh, wie peinlich. Ups. Falsches Video. Hier. Sie mag mich nicht mehr. Oh, verstehe. Beruhig dich. Atme ein und aus. Was ist das für ein Gestank? Oh, ja. Sehr schön. Sorry. Ich kenne einen Weg. Los, komm. Schau. Ich zeichne einen Plan. Äh, sollten wir nicht lieber eine Tafel nehmen? Gut. Also, schau her. Der Plan ist fertig. Was sagst du? Fantastisch. Hey, Aya. Hi. Oh, sie verfehlt. What? Oh, Ladybug. Kata, reiß dich zusammen. Konzentrier dich lieber. Klar. Ich verwandle mich in einen Schurken. Was? Warum? Schau. Ich schleiche mich an Aya heran. Und greif sie an. Und dann taucht Ladybug auf. No. 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 Ja. Ich schulde dir was, Ladybug. Du bist die Beste. Kapiert? Ja. Ah, klingt super. Oh, ein armer Feist. Ich liebe dich. Hilfe. Jemand muss sie retten. Jetzt komme ich. Was ist denn los? Was ist hier los? Spider-Man kommt. Ich mach das. Das war's. Du bist erledigt. Sie ist meine Freundin. Ich trete dir in den. Hau ab, solange du noch atmest. Lauf und komm nie wieder zurück. Lauf und komm nie wieder zurück. Sehr schön. Teil gemacht. Danke. Hau ab. Aya. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Abonnieren? Klar. Dein freundlicher Nachbar. Er ist wieder da. Ladybug. Eine Fliege. Warte. Eine Fliege im Spinnennetz? Im Spinnennetz von diesem arroganten Spider-Man. Das war's. Flieg weg. Du bist frei. ein Keks? Der kann den Schmerz vertreiben. Ich will nicht. Ich weiß. Kat, du bist ein Superhirn. Aya ist meine neue Superheldin. Hey, Nino. Was ist das da drüben? Will jemand einen kostenlosen Keks? Bitte. Ich bin dran. Ich hätte gerne ein paar. Schmeckt so gut. Nein. Du bekommst nur einen. Guten Appetit. Macht Platz. Meine Kekse. Ich hatte noch keinen. Hahahaha. Darf ich einen Keks haben? Danke. Das ist meiner. Ladybug verschenkt Kekse. Komm. Ich hol sie mir selbst. Darf ich einen Keks haben? Nur einen. Der andere ist für Aya. Aya, komm her. Vergiss es. Hier, ich hab einen Keks für dich. Der ist gut. Rubin. Hör auf. Lass das. Irgendwas stimmt nicht. Was sind das für Kekse? Warum fühlen wir uns krank? Was war Ihnen? Hier seht ihr? Nicht für Menschen. Und mich. Für Katzen. Nicht für Menschen. Für Katzen? Was hast du getan? Wegen dir haben alle Bauchschmerzen. Das darf nicht wahr sein. Endlich darf ich Kekse probieren. Spooky. Die schmecken komisch. Hier, Rektor. Hau rein. Mein Magen macht Geräusche. Was soll's. Das geht vorbei. Mach Platz. Der Rektor kommt. Das Büro des Rektors ist von jetzt an hier. Geschlossen. Hey, das ist nicht fair. Mach die Toilette auf. Sie ist es. Greift sie. Nee, wir müssen zuerst auf die Toilette. Was? Bin ich jetzt ein Schurke? Nee, ich seh nur Dinge. Es reicht. Ich hab die Nase voll von diesem Superhänden Zeug. Ladybug ist vorbei. Verzeih mir. Nein, nicht so. Ladybug, wo bist du? Ihre Ohrringe. Das bedeutet nichts Gutes. Oh, hey Marinette. Hey Leute. Marinette, sieh dir mein Notizbuch an. Was? Ja, das ist süß. Hey, es gibt noch mehr. Baby Spinn. Süß. Schüler, wir haben heute Biologie. Oh. Und das Thema der Stunde ist... Spinn. Noch mehr Spinn. Das soll wohl ein Witz sein. Niedliche Spinn. What? Wir nehmen Spinn. Dann passt auf. Hier ist er. Unsere Nummer eins unter den Spinnen. Mein Idol. Spider-Man. Ich will ein Selfie. Hey Marinette. Kannst du ein Foto von uns machen? Klar. Danke. Marinette? Vergiss es. Lächeln. Marinette, warte. Ich brauche einen Moment. Marinette. Hey. Stopp. Komm. Lass uns ein bisschen plaudern. Oh. Hi. Meine Ohrringe. Das Portal zu öffnen, war eine schlechte Idee. Sehr schön. Ihr seid für immer miteinander verbunden. Ich behalte euer ganzes Geld und euren Besitz. Mach ein Ganzkörperfoto. Ja, klar. Es ist etwas passiert. Was? Wo ist Spider-Man? Du. Ich? Spot. Oh, süßes Kätzchen. Mach eine Pause in deinem Spinnflausch bei. Spider-Kraft der gleichen Schule. Oh, Spider-Man. Er wird uns retten. Hey, ich kann nichts sehen. Ups. Mein Fehler. Wir müssen los. Meine Ohrringe. Wie können wir uns befreien? Das war's. Alles erledigt. Gib mir ein Spider-Man-Lächeln. Mein Kopf. Äh. Ich bin nicht der. Ich bin hier. Lass uns kämpfen. Moment. Nur eine Minute. Könntest du ein Foto machen? Klar. Kinn hoch. Gut. Vielen Dank. Weiter geht's. Ich bin unbesiegbar. Das werden wir ja sehen. Wie wär's damit? Ich bin unbesiegbar. Oh nein. Das darf nicht wahr sein. Ich komme. Wow. Spinnenbeben sind eklig. Tolles Teamwork, Ladybug. Danke. Auf geht's, Kumpel. Meine Augen. Ich kann nichts sehen. Oh, Marinette. Geht's dir gut? Eier. Nino. Eier. Was ist los? Verzeih mir. Dreh das Schild um. So ist es richtig. Okay. Oh, danke. Alles ist wieder normal. Wer ist das? Hält mir nur. Hey, Mädels. Ups, sorry. Pokémon-Messe. Die ist heute. Kommt. Hey, wartet. Ha. Sie verfehlt. Mach ihn fertig, Pikachu. Geschafft. Schwächling. Was? Oh, Adria. Du bist nicht von dieser Welt. Kekse? Hat jemand Hunger? Ich werde endlich mit ihm reden. Pokémon-Kekse? Wie nett von dir. Danke. Wer fehlt? Schon wieder. Ich muss wohl mehr üben. Lass mich mal. Oh, ich hab's geschafft. Du hast den Preis gewonnen. Das ist ungerecht. Ich will auch gewinnen. Au. Das ist ein abgekattertes Spiel. Ich werde das Pokémon nie in die Finger kriegen. Was hat der denn für ein Problem? Nämliches Spielzeug. Nimm es zurück. Ich wollte doch immer nur der beste Pokémon-Trainer sein. Das kann ich schaffen. Du gehst Ladybug und Cat Noir für mich suchen. Ja, Chef. Wo den Knochen, Kumpel? Was ist los mit ihm? Sehr schön. Guter Junge. Das war's, Pokémon. Du gehörst mir. Eins erledigt. Zwei erledigt. Ups. Was in aller Wett ist los mit dir? Pass auf. Alle Pokémon werden mir gehören. Ladybug. Aha. Herrt Noir. Wo kommst du denn her? Oh. Hi, du. Mach sie fertig. Los. Einer nach dem anderen. Das ist für dich. Hey. Ich bin hier. Ich hab alles im Griff. Bam. Ich werde das schaffen. Alles klar. Tragosso. Los. Ups. Oh je. Du bist so nicht zu gebrauchen. Diesmal schaff ich es. Das war's. Noch nicht. Los Pikachu. Pikachu. Ladybug. Bist du fertig? Sehr gut Pikachu. Polizei. Schnell weg hier. Ladybug. Warte. Wo sind denn alle? Weg denke ich. Doktor. Doktor. Warte. Ich bin gerade mitten in einer Operation. Doktor. Es geht um Leben und Tod. Das war's. Der Schuh ist erfolgreich geschnürt. Wie kann ich dir helfen? Ladybug? Nein. Was ist los mit dir, Dok? Mal sehen. Die Gehirnaktivität ist in Ordnung. Wird sie durchkommen? Misch dich nicht ein. Was brauchen wir? Ist das eine Nadel? Was? Nein. Das ist meine Limo. Mein Hals tut weh, weißt du. Doktor. Würdest du sie endlich mal retten? Gut. Bereit. Bereit. Und los. Es hat nicht geklappt. Nochmal. Komm schon. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Mein liebes Pokémon. Ja. Aha. Ah. Puh. Wer ist das? Hey Pikachu. Hey Tragasso. Oh. Wer ist das? Hi ihr alle. Ich hab früher hier gewohnt. Was ist denn hier los? Okay. Geht alle nach Hause. Du auch. Die Sache ist die. Ich hab kein Zuhause. Bei Tragasso. Bei Pikachu. Was machst du denn da? Lass den Müll in Ruhe. Du musst gehen. Bye. Oh oh. Ich hab etwas gehört. Wer hat die Tür unverschlossen gelassen? Oh je. Das ist nur nochmal zu groß für mich. Was sind das für Geräusche? Und. Wo ist mein Mülleimer? Jemand war hier. Ich werd sie finden. Aha. Oh Mann. Wo haben sie sich versteckt? Hilfe. Was soll ich tun? Ihr Lieben. Lass dein Leib da. Es wird sie retten. Bitte. Ja. Es klappt. Lass es uns noch einmal versuchen. Danke Leute. Aufgepasst. Los. Oh. Ladybug. Du bist wach. Geht's dir gut? Pfoten weg. Was glaubst du wer du bist? Schluss mit der Faulenzerei. Der Bösewicht ist doch frei im Fuß. Ich übernehme ab hier. Bye. Hä? Was ist gerade passiert? Wer bist du? Und wer bin ich? Du? Ach nur irgendein Huhn. Hm. Wo bist du? Aha. Denk scharf nach Nino. Wo würdest du dich verstecken? Oh. Oh. Ich weiß. Ich bin durch die Hölle gegangen und zurück. Hm. Oh. Schon wieder? Ich werde dich kriegen. Was soll ich tun? Oh. Oh. Stimmt. Wo bist du? Komm raus. Hier drüben. Ich habe etwas gefunden. Yeah. Yeah. Was? Eine Kakerlake? Ein Mensch? Oh. Ja. Das wirst du mir büßen. Nino ist verschwunden. Und Aya geht nicht ran. Wo sind denn alle? Ups. Das wollte ich nicht. Und wer soll jetzt den Spind reparieren? Hast du den Kerl gesehen? Nö. Ich muss mich um andere Sachen kümmern. Noch ein schöner Platz für ein Poster. Viel besser. Hey. Was ist denn los? Was ist das denn? Nimm es ab. Oh. Adrian. Ups. Was? Du kannst mit ihm reden. Du schaffst das. Aha. Nein. Wo versteckst du dich? Puh. Ist das anstrengend. Was nehme ich? Oh. Danke. Das ist keine laktosefreie Milch. Ah. Die brauche ich. Was? Komm. Du bist hier irgendwo. Oh nein. Bitte, bitte nicht klingeln. Oh nein. Das Mädchen ist vor deiner Nase. Verstanden, Chef. Marinette. Da bist du ja. Kann ich mit dir reden? Sorry, da ruft jemand an. Ja, hi. Ich hab deine beste Freundin. Ladybug und Kid Noor sollten sie retten. Ich muss los. Sie ist nur eine Spinnerin. Oh, Ladybug. Ich komme. Kann mir mal jemand das Ding abnehmen? Sei ruhig, du Köder. Da kommt Ladybug. Gib mir deine Ohrringe. Oder sie ist erledigt. Ohrringe? Die stehen dir sowieso nicht. Wenn das so ist. Hey, wo ist mein Pokémon? Komm sofort raus. Ist der leer? Warum? Sich mit mir anzulegen war eine schlechte Idee. Was? Die gehören nicht zu meinem Outfit. Ladybug? Ist alles in Ordnung mit dir? Lass uns gehen. Sieh dir das Kätzchen an. Hier ist dein Ball. Ich kann einfach nicht anders. Kett Noor? Kötzen sind doch alle gleich. Oh nein. Nein. Das war einfach. Du bist dran. Verfehlt. Verfehlt. Wieder verfehlt. Ha. Du wolltest ein Pokémon? Hier hast du eins. Oh nein. Gib mir den Poké bei. Nein, der gehört mir. Hey, Kett Noor. Brauchst du den Poké bei noch? Bringen wir es hinter uns. Gut gemacht, Ladybug. Eier, tut mir so leid. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Oh, wie romantisch. Stimmt's, Ladybug? Hey, ihr beiden. Sollen wir gehen? Oh, Ladybug. Beeil dich. Das Fotoshooting wartet. Lächeln. Oh, er ist sowas von süß. Toll. Adrian. Ich weiß, wir werden zusammen sein. Was ist mit dir los? Ups, sorry. Sie träumt mal wieder. Ich brauche Eiscreme. Nilo. Klar, kein Problem. Sorry, Aya. Warte. Anscheinend ist der Dreh vorbei. Isst du noch den Donut? Nein? Gut. Hey, Adrian. Oh, hey, Marinette. Wer kommt her? Ich bin noch nicht bereit dafür. Das stimmt was nicht. Ich muss die Süßigkeiten essen. Bleib hier. Stehen ist anstrengend. Ich brauche Wasser. Du hast dir die falsche Schule ausgesucht. Oh, hey, Ladybug. Hey, du schon wieder? Was machst du hier? Ich freue mich auf dich zu sehen. Sollen wir unser Problem hier lösen? Äh, störe ich? Okay. Ein Riesenkäfer und eine brummelige Katze stehen vor mir. Und du bist dran, Ladybug. Was? Mein Safe. Gib mir fünf. Willst du einen Kuss? In deinen wildesten Träumen. Danke, Leute. Komm mit, Einbrecher. Ladybug? Sie ist weg. Adrian? Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Wir vermeiden... Die... ...